Äh, so, so, so. Ja, gerade sind wir durch Arizona gefahren und Ancorema in Argentinien haben uns zu Tode gesucht. Aber die letzten beiden Runden kommen jetzt. Mal gucken, wie lange wir für die brauchen und wo wir da landen werden. Vielleicht landen wir in, ja, Indonesien oder sowas. Mal gucken. Ich bin gespannt, wo es uns, äh, hinführen wird. Und let's go. Oh weh, das sieht wild aus. Hm, das könnte Bangladesch sein. Bangladesch könnte sehr, sehr lange dauern, nicht wahr? Also Bangladesch ist, ist ein krasses Ding. Oder Indien. Oh, okay. Obwohl ich vorwärts fahre, fahre ich rückwärts. Ich wollte da lang erst mal. Das Gute ist, hier steht dann relativ schnell an den Gebäuden dran, wo man vielleicht ist, wenn man in einer Touristenregion ist. Wenn wir in einer Nicht-Touristenregion sind, dann haben wir lange Zeit ein Problem, bis wir in eine größere Stadt kommen, wo irgendein englisch sprechender Arzt eine Praxis hat. Wo dann dran steht, wo wir sind. Aber ich glaube, wir sind in einer sehr abgelegenen Region. Nein, da steht schon was. Wartet. Man kann es nur kaum lesen. Automobilglas. Triopriglas. Aber da steht leider nicht die Adresse dran. Sätze, Problem. Das andere kann man mit unserer Kartoffelkamera wieder nicht abgreifen. J-Pur. Okay, das finden wir raus. J-Pur dürfte einfach sein. Jaipur. Jakarta. Punjab. Kochi. Weil die Region müsste J-Pur relativ groß sein. Jetzt suchen wir in diesem Umkreis. Es ist viel, viel einfacher zu navigieren in Indien als in Argentinien. Nicht wahr? Magra Punjaja. Nur die letzten Meter sind dann manchmal richtig schwer herauszufinden. Magra Punjaja. Magra Punjala. Jala. Punjala. Die Frage ist, wie groß ist das nicht? Kann natürlich jetzt richtig klein sein. Oft hilft uns denn eine Schiene in Indien? Magra. Kara. Wir wissen ja gar nicht, ob das nördlich oder südlich liegt. nicht? Sowas könnte man auch erst vielleicht herausfinden. Das Manpura Kahaga. Ich hoffe nicht, dass der Ort noch kleiner ist, nicht? Oder noch kleiner. Indien ist halt sehr voll. Mit sehr vielen Zoom-Stufen. Ramsagra Circle. Es könnte auch sein, dass wir in Jodpur sind und das ein Stadtteil ist und ich dann wieder ewig suche und wir sind eigentlich dichter an der Stadt als gedacht. Das hatte ich nämlich auch und dann wird manchmal der Stadtteil überlagert von den anderen Namen oder wenn man rauszoomt, dann wird hier der Rand von der Stadt überlagert. Ich glaube, wir müssen noch die Ausrichtung herausfinden. Schade. Hätte gedacht, das ist vielleicht was Größeres. Ich halte uns aber die Adresse mal fest, nicht? Weil es gibt noch bessere Adressen, aber die ist schon mal nicht schlecht. Unsere Straße vielleicht, ja guck mal, die haben sogar einen 5G-Mast. Also bitte. Südwest, Nordost, Südwest, Nordost, also alle Straßen, die Sofa laufen. Wow. Das Problem ist nicht, die laufen alle auf diese Stadt zu. Das heißt, irgendwo auf dieser Achse hier sind wir dann. Ich weiß halt nur nicht, wie groß, aber ich würde natürlich sagen, die hier haben ihre Region, die haben ihre Region, dass wir höchstens hier sind, vielleicht aber auch hier hinten nicht. Je nachdem, wie weit das hier in den Großraum reinreicht, dieses Gebiet. Ich glaube, das ist nicht eingezeichnet, oder? So mit gestrichelten Linien? Nee. Hier ist halt was eingezeichnet. Aber das ist Rajasthan. Aber wir haben Glück, dass wir in einer größeren Stadt sind, weil sonst würde das niemals in Englisch dran stehen. Ich bin einmal auf dem indischen Land gestartet, hunderte Kilometer von der Stadt entfernt, auf den Feldern. Und das Einzige, was mich dann gerettet hat, war wirklich ein Arzt, der auf Englisch dran stehen hatte. Er hat promoviert und hier die Adresse von dem Dorf und dann habe ich es sofort gefunden. Weil da auch noch eine Brücke war und eine Schiene und dann war es eindeutig. Aber das ist schon eine beschissene Situation, wenn man sonst nichts lesen kann. Deswegen bin ich froh, dass wir schon mal die Großregion haben. Das Dorf finden wir auch noch und dann die Straße sollten wir ja dann auch finden. Okay, können wir hier nicht weiter? Doch. Das ist ja recht bevorzugt vor links fahren oder gerade ausfahren. Aber es sieht schon sehr nach einer größeren Stadt aus, nicht? Also es wird ein Stadtteil sein. Ich meine ein 5G-Mast, eine Kuh auf der Straße, noch ein 5G-Mast. Was ist der gleiche und ich fahre in die falsche Richtung? Ein Kamel? Sind Kamele in Indien heimisch? Also ich hätte jetzt Elefanten erwartet, Kühe, Ochsen, aber Kamele? Kamele in Indien? Das indische Kamel. Man kennt das. Aber auch eine Straßennummer oder sowas wird alles nicht geben. Scholas Library. Sowas ist zum Beispiel super wichtig, weil die werden sich auf Google eingetragen haben. und da hinten ist schon wieder ein 5G-Mast. Ey, voll krass, oder? Die bauen einfach ein Mast hin. Oh, wir haben kein hohes Gebäude. Hey, lass doch ein Mast hinstellen, wo Internet verfügbar ist. Ja, so einfach kann es sein, nicht wahr? Einfach auf städtischen Grund, nicht erstmal überlegen, ob da irgendwie auf dem Wohnhaus und die Nachbarn können acht Jahre klagen gegen den Mast. Einfach in der Straße, mittendrin. So unkompliziert. So unkompliziert. Und trotzdem besser als bei uns. Ah, jetzt geht Fußball los, nicht wahr? Man merkt es richtig. Aber ich bin gar kein Fußball Fan. Deswegen sieht es auch so kacke aus, weil niemanden irgendwas interessiert. Ja, einerseits sieht es kacke aus, andererseits funktioniert es. Was hilft dir denn der schönste Rasen, wenn du ihn nicht betreten darfst, wenn du acht Jahre brauchst, um ihn zu beantragen und dann wirst du auch noch abgemahnt, wenn irgendwas ist oder bist verantwortlich, weil irgendwie der Grasheim zu hoch ist. Weiß nicht, ob das auch so eine gute Situation ist und dann hast du da noch kein Internet auf deinem Rasen. Aber bis jetzt habe ich noch keine bessere Adresse wahrgenommen. Wahrscheinlich habe ich die durchaus Oh, das ist eine Autobahn, oder? Oh ja, eine Autobahn ist gut. Nee, 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 back to previous. Aber wahrscheinlich kann er uns hier nicht drüber leiten. Ja, da sind zu viel Straßen drunter, der setzt uns immer zurück jetzt. Wir kommen voran, ganz mühselig, jetzt haben wir es. Oder das ist nur eine Überführung. Sekundarschule. Hallo, Yomugi Indien. Haben wir schon. Da zockt er einfach heimlich Geotastik, ohne es mir anzukündigen. Auf Instagram angekündigt. Abonniert Instagram Threads X. Aber Instagram mache ich oft eine Ankündigung. So wie heute auch. Yo, Yonk Pur, we know the address. We just watching around to find other good indicators. Jot Pur Branch. Ah, Rayway Station, da. Guck mal an, Shen Pool, Naguri Gate. Okay, Naguri Gate. Warte mal, wie heißt denn die Station hier? Bansni? 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 Potato B und A und Sea Road. Radio Station Mahamandir, den finden wir doch. Mahamandir. Wir fahren die ganze Zeit nach Süden, das heißt wir sind eher wahrscheinlich nördlicher oder hier so oder so. Mahamandir, da, dann müssen wir hier irgendwo drin sein. Ja. Magra, hier Punja, hier sind wir. Und dann gehen wir zurück. Weil wir kennen ja die genaue Adresse. Ramsagra Circle. Ramsagra Circle. Nee. Wir müssen ja von hier irgendwie runter gefahren sein. Obwohl, das kann sein, dass das eben die Autobahn war, wo wir rauf sind, nicht? Das ist hier die Saga Road. Das passt schon. Und da ist La Saga. Dann würde ich sagen, ist das der Naxaga Circle, nicht? die vierte Runde ist das? Die vierte vom fünf? Also schon fast wieder zu Ende. Aber alle Runden gibt es ja auf YouTube auch zum Nachgucken als Video hochgeladen. Wenn auch mit starker Verzögerung, weil die werde ich immer, die spiele ich immer ein, wenn zwischendurch nichts läuft. Jetzt ist schwierig, die genaue exakte Position zu finden, nicht? Dann noch ein Spiel. Nee. Danach machen wir Skull and Bones. Weil das ist Free to Play. Da, das ist der Circle, nicht? So, das dürfte das Ding sein. Wir kamen außen, so, und jetzt müssen wir aber gucken, wir kommen von hier. Irgendwo aus dem Nirgendwo. Das ist jetzt das Problem. Ah. Kann ich da dran? Ah, nix auf Englisch. Da ist ein Friedhof. Kann ich das lesen? Nee, nicht. Das sieht aus irgendwas mit Club. LFD Club. Hier, Prahidum Enterprises. Kamin, Kani Koi Gali. Kani Koigali. Das könnte hier sowas sein. Pahidum Enterprises. Pahidum Enterprises. Kann Shinki Enterprises? Okay, ist also eventuell blau. vielleicht hat er sich umgedannt. Ecke passt eigentlich richtig gut. Die Straßen haben hier keinen Namen. Kani Koigali. Kani Goigali. Sehen wir Kani Goigali irgendwo anders? Hm. Also bis auf den Namen sehen wir gar nichts, nicht? Wenn nichts eingetragen ist hier. Wahrscheinlich entstehen die Straßen schneller als dass Google die irgendwie registrieren kann. Wir können ja nicht so ewig weit weg sein. Ich bin echt wenig gefahren. Wir sind um die Ecke gefahren. Wir sind auf diese Straße gekommen und dann sind wir eben auf dem Rückweg auf den gekommen. Das heißt wir können eigentlich ja nur in diesem Umkreis hier sein. Near Ramsaka Circle Ja okay Near Ramsaka Circle das wissen wir Aber Kapi Knoi Kali sehe ich halt nicht. Manchmal hat man Glück und ein Gebäude heißt so Knali Knoi oder so School oder so Shritak School Krishna Public School Hari Om Wir suchen Kani Koi Das hier sieht schon echt relevant aus Okay ich gehe nochmal in den Start So und um auf die Straße zu kommen wir fahren nach Nordosten dann fahren wir nach Südosten Nämlich glaube ich die ganze Zeit gerade aus Dann waren wir schon drauf nicht Wir sind gar nicht so weit von dem ganzen entfernt dann hatten wir hier nämlich gleich die Adresse Kani Kot Resort hier Leo Club Leo Club Kani Koi Kani Koi Club Kani Koi 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 Ground. Das könnte der Kani Koi Club sein. Shiki Shaki Enterprises. Also wir sind nach Südosten und dann nach Nordosten. Also so sind wir gefahren, um auf die Straße zu kommen. Wir sind so, so. Um auf die Straße zu kommen. Südosten, Nordosten. Wie soll denn das gehen? Wahrscheinlich eher so und dann so. Das heißt, wir können auch in sowas hier sein. Hmm. Ist gar nicht so leicht. Und der Circle ist genau vor uns. Okay, wir kommen direkt aus dem Circle raus. Also hier kommen wir raus. Nord. Aber das ist ja Südosten. Also, ne. Achso, wir fahren Ah, wir fahren erst nach Nord und dann nach Südosten. Okay. Erst Nord. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wie rum. Hier ist echt blöd zu navigieren. Erst Nordosten und dann was Südosten. Und dann ein paar Straßen übersprungen. Darf ich nicht vergessen. Okay, und dann kommen wir direkt da rauf. Das heißt, wir liegen in Nordwesten. Okay, Nordwesten. Das heißt, wir sind in diesen Dingern. Hier oben müssen wir sein. Irgendwo. Wir kommen hier raus. So, wie viel Straßen überspringen wir? Das heißt, wenn ich in die andere Richtung gehen könnte, was ich nicht kann, hier kommt ja noch eine Straße. Wenn ich die I lang gehe, die geht nach Norden. Aber da kann ich nicht weiter. Da würde ich auf die große Straße kommen, nämlich. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier eine große Straße in der Weile kommt. Denn das vielleicht die hier, in die wir gerade reingucken. Frage ist, kommen wir vielleicht hier raus? Nee, das können wir nicht. Ich bin hier auf die Autobahn raufgefahren. Also, wie kommen wir denn noch zum Ziel? Wir fahren mal nach Südwesten. Kann ich nicht weiterfahren. Südwesten in die Richtung. Südosten kommen wir auch nicht raus. Okay, also wir wären auch gefangen. Das heißt, Nordosten, Südosten. Eine Straße, eine nach rechts und dann sind wir da. Eine nach rechts, das wäre die. Eine nach Dings, so und dann müssten wir eigentlich irgendwo hier rauskommen. Also würde ich sagen, müssten wir hier stehen. Was sagt ihr? Ja oder nein? Vorüberliegen, geschossen. Weil ich würde die doch erwarten, nicht? Hier vor uns. Also wir gucken nach Norden, Nordosten. Wenn wir hier reinfahren. Nordosten. So, gegen eine Wand gucken wir. Dann müssen wir hier drin sein. Weil wir müssen ja irgendwo stehen, wo wir nicht hier weiterkommen. aber ich komme in eine Straße, wo ich ewig nach Norden gucken kann. Und die sind aber alle durchgehend. Ich glaube, das passt. Hier könnten wir noch stehen. Weil dann würden wir hier rauskommen und wir kommen ja direkt hier raus. Also, dass wir hier rauskommen, ist sicher. Ich sage Reh. Na, passt. Ja, da oder da? Wo stehen wir denn? Stehen wir an der Kreuzung? Ne, wir stehen nach Südosten ist nix. Wir stehen an einem T. Nach Südosten. Nach Südosten haben wir nix. Das gibt's gar nicht. Es gibt keine Straße, die nach Südosten nix hat. Kommen wir vielleicht hier raus? Aber selbst dann würde es nicht passen. Hm. Da, wo ist da? Da, wo ich jetzt stehe? Ne, das kann nicht sein. wobei hier vielleicht sieht's inzwischen anders aus. Nach Südwesten haben wir eine, okay. Nach Nordwesten haben wir eine und dann haben wir aber eine geschlossene Straße nach Nordosten, wo wir nicht rüber rumkommen. Also, wenn die hier hingehen würde, würde ich sagen, sind wir hier. Was mich ein bisschen stört, ich sehe den Club nicht, den Leo Club und ich sehe nicht die Paridum Enterprises. Wenn das hier nicht dieser Circle ist, wovon ich halt ausgehe, vielleicht ist das nicht der Circle. Aber ich sehe sonst keinen anderen Circle. Ram Saga Shuranu. Vielleicht gibt es noch einen anderen Circle und ich habe mich vertan. Hier ist auch kein Circle. Wir können auch nur in diesem Gebiet sein. Weil da, also wir kommen in Maga Punja, kommen wir raus. Hier steht leider auch nicht wie der heißt, aber weil das hier Saga Road ist, gehe ich mal davon aus, dass das der Saga Circle ist. Bei einem anderen Circle gibt es halt nicht. Das passte unten nicht. Das heißt wenn der heißt auch Ramsagar. Patio Enterprises, der ist es. Hier kommen wir, auf den kommen wir, nicht auf den da oben. Ah, krass, okay, und der führt, guck mal, der führt auf die Autobahn und der führt auf die Autobahn. Das ist fast zweimal genau die gleiche Situation. Kreisverkehr, Straße, auf die Autobahn, Kreisverkehr, Straße, auf die Autobahn. Da musst du natürlich im Detail noch wissen, wie du auf die Autobahn raufgefahren bist. Das heißt, wir kommen hier raus und dann macht das nämlich Sinn, dann stehen wir nämlich hier, dann stehen wir da, gucken diese Straße nach Norden, wo wir nicht weiter können, dann kommt die nach rechts, links, rechts und dann stehen wir genau hier, da ist Patimum Enterprises und hier ist der Leo Club. Glück gehabt. Sieben Meter, eigentlich stehen wir in der Kurve beim Rumfahren, also da stehen wir nicht. Aber hey, Indien, haben wir und damit in Runde fünf. Oh ja, Südafrika, Ghana, Nigeria, wo sind wir? arabische Emirate? Ey, Kef ja nicht, Ey, Kef? Ey, Kef, Ey, Kef ist doch hier irgendwo, dachte ich. Aber A31 passt von den Sachen nicht. Beja, Ey, Kef, Elkef, N5, Beja, Beja, wo habe ich denn Elkef schon mal gelesen? Tunesien oder so ist das nicht, mit Elkef? Beja? Beja, doch, da! Ah, okay, das macht auch mehr Sinn von den Schildern. A31. Okay, okay. okay. In welcher Runde hattest du zwei Punkte weniger? Hier wird auch alles gesehen. In einer sehr bodenlosen Runde in Irland war schwieriger als in den anderen Sachen sich zu navigieren, weil wir einfach auf einer Straße waren, die falsch markiert war, die Ausrichtung des Kompass hat nicht gestimmt und dann hattest du keine Chance. Das war echt beschissen. Wir hatten eine Kurve, unsere Straße ging nordwestlich und die Kurve ging nach Westen rein und diese Straße gab es nicht und unsere Straße ging nach Norden die ganze Zeit, auf der wir dann standen. Also das hat einfach nicht gepasst. Leicht nordwestlich war unsere Straße okay, aber nicht nach Westen. Und wir hatten eindeutig einen Westknick und den gab es halt nicht. also hat der Kompass nicht richtig gestimmt. Ich glaube kaum, dass der Straßenverlauf sich geändert hat. War echt ärgerlich. Deswegen habe ich die falsche Kurve genommen. Das Ekev okay. Ekev und Bejar die gehen nach Nordwesten. Also sind wir irgendwo hier vielleicht. Weil Ekev und Bejar gehen auch in die andere Richtung. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann nach Bejar und Bejar und ich kann nach Ekev und Ekev. What the fuck? Warum? Warum? Ekev Bejar Ekev Bejar Okay. Ekev und Bejar Wo sind die Also hier ist die A3 Wo sind die N5? Sehen wir die irgendwie? Habe ich nämlich noch nicht wahrgenommen. Ich sehe die P5 die ganze Zeit. C sehe ich Hier ist N Stehen wir auf der Seite? Nee Hier stehen wir nicht oder? Wenn die jetzt noch ein A31 haben wäre es ganz verrückt. Ich würde ja sagen die A31 geht in der Stadt von der A3 ab oder so aber ich sehe es halt nicht Ich sehe eine X3 Ich sehe eine A1 eine C28 eine A4 eine P7 und erst hier sehe ich N aber N20 kein N5 an der Grenze was irgendwie passen könnte N10 N16 und hier unten würde ich nicht mehr Beja heranschreiben nicht? Und auch hier würde ich ja eher die größeren Orte heranschreiben könnten mal gucken ob wir El Morgonira sehen Emanista Amorina Monagoya 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 Boah warum sehe ich das nicht also heute ist ganz schlimm mit den einzelnen Orten zu sehen wahrscheinlich gucke ich wieder in die falsche Ecke hm was haben wir denn noch wir sind ja im Kreisverkehr vielleicht sehen wir in der anderen Richtung mehr Sidi Hasine hier ist eine riesige Stadt also wir sind in irgendeiner riesigen Stadt Sidi Hasine Sidi Ayet Balter Balter Balthasar Ah manchmal werden die Sachen falsch geschrieben nicht nicht das Ayet auch Sidi Asin oder sowas aber so krass eigentlich werden nur Is und Y und sowas getauscht im schlimmsten Fall so Beja und Egg Kev geht das hier hin das wissen wir und hier geht es auch nach Beja und Egg Kev das wissen wir auch und was steht da noch mal 20 hier ist ein Multiplikator wir kriegen auf jeden Fall mehr ich fahre mal in die Stadt aber eigentlich in die Stadt hilft nicht oder wir müssten eigentlich weiß auch nicht da ist nur ein Werbeschild schade ich dachte auf der anderen Seite steht was eine Scheldtankstelle also wenn wir es haben nicht einen Kreisverkehr den macht man gut aus mit einer Scheldtankstelle daneben ist sehr dankbar Katargoland Katargoland Bienvenue okay sogar ein Freizeitpark hier ist eine Karte aber hilft uns auch nicht ist nur eine stilistische Abbildung der Region Intermus Intermus Solima ein Fußballplatz hochmodern kann man nicht meckern alles vor Ort Boch Shakir ich glaube das sind Stadtteile kann es sein Boch Kajir aber von welcher Stadt vielleicht sind wir auch direkt in Elkev vielleicht heißen die Straßen in den Städten mit N oder so hm sehe ich jetzt aber auch nicht oder irgendwo am Randbereich der Stadt P6 P5 Avenue de bla 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 Tja und dann noch ein Kreisverkehr bin unzufrieden mit der Gesamtsituation aber wir können Traktoren hier kaufen te254 tef 1254 tb 454 fortbauen und 10% Rabatt wegen 1000 Jahre Tunis eine Totaltankstelle haben die vielleicht ihre Adresse hier dran stehen ja haben sie ich da besser ran E-Mail Adresse Telefon Tunesien Aluminium äh schade ich dachte da steht mehr Stim La Balance Vente Tu Super KC Auto oh ja Super KC Auto sehe ich genauso da kaufe ich auch jedes Mal mein Auto nicht wahr Super KC Auto Mobilier de Bureau ich glaube da muss man echt andere Ansprüche haben John Deere ok aber Traktoren kriegst du hier wirklich gut Tja das wird dir alles nicht helfen ist das die Schweizer Botschaft die türkische türkische ne tunesische irgendwas hm jedes Gebäude sieht aus wie strott ihr seid aber hart man sollte nicht von seinem hohen Ross herunterspucken wenn man selber darauf ausrutschen könnte ich meine Deutschland sieht inzwischen auch teilweise aus äh wie ein Land was äh dritte Welthilfe entgegennehmen könnte nicht wahr wenn man sich Straßensituationen anguckt oder auch gewisse Straßenzüge in gewissen Städten ok drei Kreisverkehre hintereinander ich hab kein Ross ich kann nicht ausrutschen ich werd dir ein Ross kaufen nur damit du darauf ausrutschen kannst also fangt an zu spenden wir sammeln für ein Ross für ein normaler Moment das troreanische Ross hohoho it's cool man Okay, aber hier kommt auch nichts auf der N5. Aber vielleicht hier in der nächsten Ausfahrt, dass wir da irgendwas dran sehen können. Wieder ein Kreisverkehr. Denden Bardo. Denden El Akbar. Aber das sind alles nur Stadtteile, nicht? Tunis. Wir sind in Tunis. Und die schreiben Beja ran und El Kef. Wer, wollen die mich verarschen? Okay. Haben sie gut hinbekommen. Hier ist die N8. Hier ist die N7. Hier ist die O. Ich gehe immer noch davon aus, dass die A31 von der A abgeht. Hier ist der Kreisverkehr. Zweiter, dritter Kreisverkehr. Kreisverkehr. Kreisverkehre. Hm. Nur die N5 sehe ich halt nicht. Ich sehe nur die N7. Welche Straße bist du denn? Der hat einfach keinen Namen. Das ist natürlich immer klasse. Wenn die nicht mehr einen Namen oder irgendwas haben. Hier ist die P7. Was ist denn das hier für ein Kreisverkehr? Der hat nur... drei Ausgänge. Aber so weit sind wir nicht gefahren, nicht? Die müssen echt dicht aneinander liegen. P7. 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 Ist die P5 vielleicht die N5? Manchmal sind die ja so doppelt belegt. Aber anscheinend nicht hier. Lamogahina. Da hatten wir doch eine Abfahrt. P5. Dann sind wir hier drauf. Dann ist das hier gerade die Stelle. Ne, passt auch nicht, oder? Das geht ja nur nach Morgahina ab. Aber das ist kein Kreisverkehr. Hier, da sind wir. Rüdekev. Das ist es. Irgendwo hier stehen wir dann. Da sind die ganzen Kreisverkehre hintereinander. Das passt eher. Aber ich sehe trotzdem nicht die N31 und... äh, die A31 und die N5. Die ist ein bisschen zu groß für unsere Straße, nicht? Hm. Es ist dem Spiel erlaubt, dass man auf anderes Kartenmaterial guckt. Erlaubt das, was du machen willst. Du kannst auch auf Google googeln und einloggen. Nicht? Also dann brauchst du es nicht spielen. E-Morna-Guia. E-Morna-Guia. Okay, also das führt uns nach Westen. Ja, nach Westen. Die Straße führt nach Westen. Das heißt, wir wären eher hier. Aber der Kreisverkehr hat nur drei Ecken. Nicht meine OpenStreetMap, damit man die Straßennamen sieht. Ja, aber im Zweifel siehst du Sachen, die es dir halt verraten. Klar, es ist blöd, dass Straßennamen nicht immer drinstehen. Aber das ist das Leben, würde ich sagen. Und hier geht's zur A31. Hm. Also ich würde ja sagen, das hier ist die A31. Also eigentlich können wir nur in dem Kreisverkehr sein. Weil der zu A31 führt. Aber wenn wir den südlichen nehmen, macht ihr hier so einen komischen Haken. Macht einen ganz geschwungenen Haken, nicht? Nach Dings. Der macht hier nicht sowas. Also kann man nicht sein. Und wir haben nichts, was nach Norden weggeht. Hm. Ein Kreisverkehr, der nicht nach Norden weggeht. Ist schwer hier. Eigentlich haben die alle Norden. Von den Straßenausrichtungen passt es auch nicht richtig. Who do you do call? Der hier vielleicht. Aber die Süden würde nach Westen weggehen, nicht? Ah, die geht nach Westen weg da. Und die geht nach Osten. Wir haben eigentlich eher so'n, so'n Kreisverkehr. Hm. Und Morgahia, da geht's irgendwie hin. Auf der Autobahn sind wir nicht. Nach Norden geht bei uns nix ab. Hm. Ach, da ist kein Sinn. Und da haben wir schon die Autobahnkreuze. Und die haben eigentlich alle eine Stelle, wo es nach Norden weggeht. Und ich finde, das sieht hier nicht nach Innenstadt aus. Also, das hier würde schon gut passen, nicht? Weil der ist viel zu groß. Den ein kleiner. Habt ihr ja gedacht, vielleicht so eine weiße Straße. Aber da gibt's keine Kreisverkehre. Und hier kann Morgahia nicht mehr im Westen liegen. Also, wir können nur hier irgendwo sein. Weil ich erkenne die Stelle einfach nicht. Wir haben irgendeinen Freizeitpark hier gehabt. Also, die Straße ging nach Osten Richtung Nord, nicht? Osten Richtung Nord. Das könnte schon die Straße hier sein. Aber, wie gesagt, wir haben nicht diese Nordstraße, die abgeht. Hier ist die Shell. Oder, warte mal. Ist das vielleicht ein... Oh, ist hier vielleicht ein Drecks-Tunnel drunter? Oder, von wann sind denn die Bilder? Dass sie eine Straße da angebaut haben. Die Bilder sind von 2016. Boah, das kann natürlich sein, dass die hier eine Straße erweitert haben. Das würde auch erklären, warum die Namen nicht mehr passen. Ronpont Autoroute. Rüde Kev. Nach Tunis. Da hätte es gestimmt. A la Commune Sidi Hassi. Sehen wir das vielleicht? Er war... ... Wisst ihr was? Wo stehen wir? Am nördlichen Ding, nicht? Der nach Westen geht. Acht Meter, da ist eine neue Straße. Wie... Was sind denn das heute für Karten gewesen? Einmal passt das mit dem Kompass nicht. Und jetzt sind natürlich ganz andere Bilder zum Straßenmaterial da. Da kann man es ja nicht sehen. Ich meine, das hat halt super gepasst. Aber die Straße... Die hat mich natürlich aus dem Leben gerissen. Dann passen die Bezeichnungen noch nicht. Mit N5 und A31. Und dann bist du natürlich ganz raus. Einfach nur beschissen, nicht? Und das Ding wurde auch noch anders geschrieben. Davon mal abgesehen. Mann, 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 Mann. Das Einzige... Warum ich jetzt so sicher war, warum es der ist, ist diese Scheldtankstelle gewesen, nicht? Die hat mir sofort gesagt, das muss hier sein. Also nur die Scheldtankstellen waren eigentlich das Ausschlaggegenwahl. Hier die Total Energies, nicht? Die anderen, die wir dann gesehen haben. Und hier sind jetzt überall Kreisverkehre übrigens. Wo diese Huckel sind. Hier bin ich anscheinend mal auf die andere Seite gegangen. Oder der hat hier rüber gesprungen. Aber wir hatten hier drei oder vier Kreisverkehre. Kreisverkehre hintereinander. Hier einer, hier noch einer. Aber wir hatten zwei hintereinander. Weiß ich. Also irgendwo muss da noch alles sich geändert haben. Naja, gut. Damit haben wir das Endergebnis. 29.998 Euro. Das United Kingdom, ach nicht Irland. United Kingdom war's. Das hat uns rausgerissen. 8,47 Meter daneben. Eben, ja. Und hier waren wir 400 Meter daneben. Bam, bam, bam. Ich guck jetzt nochmal. Also wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Schottland. So, der Kompass sagt jetzt hier an der Stelle Nordwesten, nicht? Jetzt, die Straße geht fast nach Westen. Nach diesem Kompass. Also wenn ich das mal hier mittig irgendwie anordne. Und die hier, die geht aber die ganze Zeit ohne Knick nach... In eine andere Richtung. Also irgendwie... So richtig passt das nicht. 21.40 Uhr, noch eine Runde. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Aber zuerst, für diese Aufnahme, machen wir noch Funless Flags. Vier Flaggen. Ihr kennt das. Bis ich vier Flaggen von den fünf hab. Aber das sollte schnell gehen. Finnland. Weil ich muss in Übung bleiben. Oh. Scheiße, was denn das für eine Flagge? Belgien, oder? Venezuela, oder Kolumbien? Oder Ecuador, nicht? Kolumbien hat nix, Venezuela, nicht? Jawohl. Und das ist... Die Harfe. Guadalupe, glaube ich. Könnte aber auch die britischen Jungferninseln sein. Oder Sandkitz und Nevis. Oder Montserrat. Montserrat. Ich mache es nämlich immer falsch. Und dann ist es Montserrat. Die dumme Harfe. Oh, und diese Dings gibt es zweimal. Aber das wird... Wartet, wartet. Das wird Mali sein. Ganz einfacher Trick. Guena hat die gleiche. Und zwar grün zeigt nach innen... Nee, rot zeigt zum Ozean. Genau. Und bei denen zeigt rot zur Wüste. Entweder ist es Guena oder Mali. Jetzt bin ich nicht mehr unsicher. Weil das Grüne sollte eigentlich, glaube ich, vom Grün weg sein. Dann wäre es Guena. Weil ich habe eigentlich mir so die Brücke gemacht. Nicht zum Grünen. Das Rote soll zum Wasser zeigen. Aber das passt beides halt nicht gerade. Ich habe ein Logikproblem. Mali oder Guinea? Mali oder Guinea? Ähm... Mali. Richtig. Okay. Okay, dann ist es hier doch... Das Grüne zeigt zum Grün. Das Rote zeigt Wüste und Wasser an. Ah, doofer Vergleich. Weil es gibt nochmal eine Situation irgendwo, wo das genau umgedreht ist. Ich glaube, bei... Bei irgendwo hier, bei irgendeiner... Bei Angola oder Kongo oder sowas. Da zeigt nämlich das Rote denn zum Dschungel und das Grüne vom Dschungel weg. Doofe Eselsbrücken, nicht? Aber... Wenn mein Gehirn das so hinkriegt... Damit haben wir 5 von 5 in dieser Runde. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal Geotastic wieder. Also...